Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft Cranked. Unsere Klasse ist Scout und die Map ist meine allerliebe, letzte, liebe Map. Wie ihr wisst, liebe ich die Map überall und ich habe schon lange nicht mehr gespielt Minecraft Cranked. Und darum weiß ich nicht, wie gut ich heute abschneiden werde hier. Aber bis jetzt läuft es ziemlich gut. Ziemlich gut. So. Yo, was war denn das? Gut, wo ist der nächste da? Der ist gerade einfach mal runtergefallen. Hier. Der muss dran glauben. Der hätte fallen einen Bogen. Der muss auch dran glauben. Oh. So. Tod. Das ist doch schön. So, der nächste steht einfach mal da vorne. Der macht einfach mal gar nichts. Ach, jetzt tut er was. Jetzt, wo er fast tot ist. Der tut dann was, weil er erst und so tut, tut, tut. Es macht immer tut, tut. Okay. Zack, 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 zack. Boah, geh mal weg. So. Da kommt es nicht hoch. Danke. So, ich habe demnächst noch gekillt. Oh, es hat so viel geleckt. Geleckt hat es. Den hier will ich abwarten. Oh, das war meine. Nein. 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 Schätze. Da vorne. War der gerade vorhin nicht gerade jemand? Doch, da. Sag ich doch. Doch, hier war jemand. Er sagt doch. Sag. Ja. Du sterb. Du bist ganz schön, ganz schön rot bist du. Oh. Hilfe. Geh weg mit Fall und Bogen. Oh. Oh, oh, oh. Ah, i, u, ah. Aua. Aua. Oh, jetzt ist er tot. Ich wollte den gerade tot machen. Scheiße. Aber scheiße ist mir tot hier. Aber der ist tot. Dieser Butter-irgendwas-gedöns-is-wieder-tot. Deine Haut ist ganz schön, ganz schön rot, ne? Das macht mir ein bisschen Angst irgendwie. Ah. Ah. Yay. Aua. Aua. Ja, ist gut. Danke. Ich weiß. Nein. Kommt ihr jetzt von rechts, oder was? Mann. Hey. Nee, nee, nee. Du bleibst hier. Nee, nee. Du bleibst hier. Es liegt gerade. Das ist doof. Nee, nee. Du bleibst hier. Nee. Hey. Nee. Du bleibst hier. Geht doch. Und. Und. Hey. Die Runde läuft gerade erstaunlich gut, obwohl ich es so lange nicht mehr gespielt habe. Außer, äh, die mit ihrem Fall und Bogen. Die Nerven. Hattest du schon mal erwähnt, irgendwann in irgendeinem Video darf die Nerven. Hattest du schon mal erwähnt? Ich glaube nicht, ne? Einfach mal hier mitten reinstellen. Irgendwem wird man treffen. Nee, nee. Schon wieder die Nene. Die Nene 27. Scheiße. Ja, toll. Das war unfair. Jetzt kommt da noch einer von rechts da. Sonst hätte ich die Nene gekriegt. Oh. Was war denn das? Mann. Aua. Dann krieg ich hier Fallschaden. Hab ich so eben festgestellt. Ja. Und. Yay. Und. Hey. 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 Oh, da war ne Katze. Zum Glück hab ich davon nix abkriegt. Nicht so wirklich. Bleib stehen. Bleib. Stehen. Okay, so schnell kannst du ja sowieso nicht laufen mit deinem Fall und Bogen. Also von daher. Ja, ist gut. Ja, ist ja nicht so, dass da einer mit vornem Bogen steht. Nein. Ich bin ja der Einzige, der da steht. Ja, genau. Genau, das bin ich. So. So. Boah. Wie man einfach überall hängen bleibt. So. 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 Ey. Nein. Oh. Äh. Jetzt keiner mehr. Alle tot. Na da vorne ist jemand. Oh. Nicht hier reinfallen. Das wär jetzt sehr blöd. Bleib doch stehen. Oh. Jetzt bleib ich auch noch hängen. Überall. Oh. Da oben ist auch noch jetzt auch noch mit Fall und Bogen. Das ist zum Kotzen ist das. Das war mein Killen. Jo. Ja. Hau doch ab. Jo. Das war knapp. Mit zwei Leben. Mit zwei Herzen. Ja. Äh. Das kann er. Doch da vorne. Warum eigentlich immer alle so weit von mir entfernt sind. Verstehe ich nicht. So. Dann haben wir beide gekillt. Ich wär jetzt hier mal da drauf. Da. 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 Und da. Und hoch. Und weg. Ja. Boah. Scheiße. Die sind doch eben gerade schon die ganze Zeit so gut. Jetzt nicht mehr oder was? Uh. Jetzt ist sie weg. Da. Da ist sie wieder. Bleib doch mal stehen. Oh. Scheiße. Ja. Fuck you. Mit deiner Scheißkatze. Das ist die Nerven voll. Die macht den. Das ist. Die sind voll scheiße. So. Nein. Hab ich den jetzt so hochgepackt oder was? XS. So. Stirb. Ja. Nein. Hab ich nicht den Kill gemacht oder was? Scheiße. Hätte ich den Kill gemacht, hätte ich die, hätte ich die anderen da auch noch voll bashen können. Bleib mal stehen. So. Da vorne. Um den Berg drumherum. Ich meine einfach hier überall hängen bleibt. Das nervt doch voll. Genauso wie das ganze Wasser hier drumherum. Da drin rinnen oder wie auch immer. Auf jeden Fall das ganze Wasser hier. Ja. Na klar. Im Flug. Oder was? Boah. So. Da unten müsste ich mich schon mal mit ein. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Macht gleich auch den Kill. Und wer hat gewonnen? Ich hab gewonnen. Ä-äh. Gut. Äh. Das war. Nee, warte. Noch nicht. Auf jeden Fall hab ich gewonnen. Das. Äh. Ist cool. So. Das war. Äh. Das war's mit Minecraft Cranked. Äh. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und wenn nicht, dann halt einen Daumen runter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Und ciao. Ciao. Ciao.